Das sind drei Rezepte. Ich habe die Zelle, die Polne Rabocci, die Resinen in der Suche schon. Ich habe alle schon noch die Pastelleneselgezylinder in der Suche schon. Ich habe die Zelle nicht in die Schuette. Ich habe die Zelle nicht mehr. Das ist ein Süßes. Und ein Stückchen Pastellen. Dann kannst du noch eine Zirnung, eine Schnecke sieben. Dann kannst du den Prezept sein. Das ist ein neues Traktor. Das hier ist ein paar Ralsen, was da ein Neugier ist. Das ist ein Wetter, das so arbeitet. So, ich muss hier noch ein bisschen... Ich weiß nicht, dass es schon ein paar Puff ist. Da geht es jetzt hier noch.